Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Wer gerne an Fahrzeugen bastelt, wird sich in der Kfz-Hobbywerkstatt Parts & More in Augsburg wie im Paradies fühlen. Der modern ausgestattete Autospezialist bietet neben zahlreichen Hebebühnen auch eine große Auswahl an Spezialwerkzeugen, Geräten und Zubehör für Hobbyschrauber zu leistbaren Preisen. Ob Ausbeulsatz, Ölfilterzange oder Bremsenprüfstand, das riesige Angebot lässt absolut keine Wünsche offen. Kunden schätzen besonders die hohe Qualität der Werkzeuge und den 1A-Service im gut sortierten Shop. Nicht lagernde Teile können hier auch kurzfristig bestellt werden. Darüber hinaus verfügt der weitum bekannte Profi über eine freie Werkstatt mit umfangreichen Leistungen für alle Fabrikate. Vom Reifenwechsel über Klimaservice bis hin zum TÜV. Ein erfahrenes Team kümmert sich um Ihr Anliegen und stellt Ihnen bei Bedarf sogar einen Leihwagen zur Verfügung. Parts & More – Ihre Profi- und Hobbywerkstatt Freundschaftśli Werkschrauber Vergleich Fahrgolf insight Frederic Während Vielen Dank.